Dottor Reblaus Zytokine, Botenstoffe, die von den weißen Blutkörperchen produziert werden. Und da diese Zytokine durch Inhaltsstoffe dunkelfarbiger Alkoholiker, also zum Beispiel Rotwein, besonders stimuliert werden, ist mir jetzt auch speiübel. Naja, die Russen bekämpfen den Cutter mit Olivenöl oder Gurkenwasser. Die Norddeutschen verdrücken Ehringe, die Amerikaner versuchen sich an einem verbrannten Toast und die Briten, wie könnte es anders sein, fahren dort fort, wo sie aufgehört haben mit Alkohol. In diesem Sinne, Prost und bis zum nächsten Mal, euer Dottor Reblaus.